Da ist ein Leonhard. Leonhard hat die Maus. Manche wundern sich zwar, aber ich kann das so viel über Freitag sagen, wie sie wollen. Aber mir gefällt es, ich habe es trotzdem lieb. Sie konnte es eigentlich gut merken. Sie zieht es total gut um. Und sie schaut halt und kämpft, dass sie da mitkommt, um dabei zu sein. Das ist ihr Leben. Sie fürchten sich vor keinem Ministranten. Und wenn man bei Rauch, dann machen wir ihn halt. Was halt gerade anfällt, das wird einfach gemacht. Nein, unsere Franzi, die gehen wir nicht mehr her. Ja. Den nehmen wir. Den da. So, nach der anderen Seite. Führer, gell? Ja, Führer. Da ist es. Da hinten. Oder bleibt ein Dreier? Ich glaube, von Dreier. Sicher. Ja. So, bei der Führer. Ein Kreuzer. So. Einschreiben. Ist da drin. Also, wir sind froh, dass wir es haben. Weil es ist nämlich so, man merkt bei ihr, sie macht es ministrieren gern. Ja. Und sie ist auch immer am Sonntag auch so in der Kirche da mit der Familie. Und ja, springt auch öfters mal ein, wenn mal jemand es verschlafen hat oder vergessen hat. Es war halt so beim Lernen, sie hat halt das mehr üben müssen. Also, ihren Zettel intent zu drucken, wo sie es lesen tut. Das war natürlich nicht so einfach möglich. Aber durchs Machen, durchs immer wiederholen, ist sie eigentlich da ganz fit. Also, sie hat jetzt da kein Problem mit, das kann ich nicht oder das mache ich nicht. Das macht Franziska, wenn mir oder was sagt, das macht. Und der fröhliche ist auch, gell? Genau. Welchen Größen brauchst du, Thomas? Du brauchst einen Dreier. Dreier. Sehe ich nicht. Nein. Du hast einen Vierer gebracht. Vierer? Gut. Ich traue gerne. Ich komme mal vor, dass wir nicht gekommen sind. Ich sag mal locker. Jetzt hält man es. Mhm. Ist er nicht mit dem Finger? Nein, es geht. Ist der Hand schon gebraucht? Nein. Es geht mal. Ja, wir sind ja gescheit kalt. Nein, wir nicht. Wir nicht. Das ist voll integriert. Ja, ja. Da gibt's nix. Einmal mit dabei. Ja. Ja, sehr intelligent. Da kann ich nichts sagen. Ich weiß alles. Wahnsinn. Machen wir eine Aufstellung. Dann haben wir einen Schirm rein. Ja, gehst ein bisschen für dich. Nach dir gleich der Herr Pfarrer. Ganz dran. Ja. 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 Ich bin ein bisschen auf dem Fahrrad. Ja. 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 Paar rein." Ja. Ja. Dann muss er Tiere nehmen und dann bei den weißen Gruseln fahren und dann den Tieren abschocken gehen und wie das Rock da bei Abrammer ist das gleiche so, was allein war, dann wieder Abrammer. Also ich habe es selber gesehen. Sie haben mir die Franziska abgenommen und auf den Tisch gelegt und dann sage ich zu meinem Mann, schau mal, das Kind, das stimmt, weiß nicht. Dann hat er wortwörtlich darauf gesagt, du verdirbst mir die Freude. Und dann hat die Hebamme gesagt, ja, das Kind wird untersucht und wenn da was wäre. Und ich habe eine Freundin und ihre Schwester hat das Down-Syndrom und das hat mich einfach so erinnert dran. Dann haben wir gedacht, das Kind hat das jetzt. Und es war aber nicht so offensichtlich, ich war sogar mal bei einem Arzt und dann hat er gesagt, ach, das muss erst untersucht werden. Man muss das am Blut untersuchen, das dauert dann vier Wochen. Also es sind so vier Wochen, ich glaube vier Wochen waren es. Ein bisschen Ungewissheit, hat sie es, hat sie es nicht. An den Augen hat man es schon gekannt, weil normal war die Augen flacher, länger. Das ist erst, als der Doktor dann noch das gesagt hat und was dann sein kann. Und ja, die Trisomie 21 und da habe ich eigentlich auch nicht so viel anfangen können damit. Aber das war eigentlich nicht das Schlimmere. Das Schlimmere war eigentlich schon, dass der doppelte Autobogen um sich, um die Luftröhre eigentlich geklungen hat. Und die waren irgendwann mal unterstückt, wenn es eine Doktorin gesagt hat, irgendwas hat die noch. Man muss, dann hat die, dann haben sie die auf dem Hinger dann getan. Dann hat man halt festgestellt, dass der halt um die Luft herum wächst und die Luftröhre verengt, bis die unterstückt waren. Die hat man dann operativ getrennt und dann seitdem hat die keinen Infekt mehr gehabt, die hat die da schnell runtergekommen. Und dann seitdem war sie auch nicht mehr im Krankenhaus und dann haben wir sie daheim gehabt. Das hat aber ein halbes Jahr lang, oder dreiviertel Jahr lang dauert, bis das so weit war. Musik Für Fleisch, Soße, Knödel, was es euch gibt. Ja, endlich. Für eine Braten. Danke. Wie lange ist das? Ja. Musik Wir haben immer die gleichen Ruhe beim Auftritt und dann, ja, was es halt auch hat, machen wir es immer gegenseitig. Also jeden Mittwoch treffen wir uns halt zum Training in der Pferdinger Thunhalle und dann, wer verdäumen Gaudi und so weiter. Das macht's. Ja. Das ist mir sehr gut. Das freut mich ganz gut und das mache ich ganz sehr lange mit. Das ist ganz locker. Nicht so festzwecken, weil sonst kommen wir nicht hin. Die waren ja schon immer mit dabei. Also ich kenn jetzt die Coolgirls eigentlich gar nicht ohne der Franziska. Also vollwertiges Mitglied, die wird genauso in die Choreografie mit eingebaut, kriegt jetzt keine Schonhaltung oder beim Training, dass wir sagen, ja dann lassen wir sie jetzt raus. Die muss genauso mit. Ist sie gut? Reicht sie schon? Ja. Es ist verblüffend, nachdem sie jetzt immer größer werden und die Tänze immer komplizierter werden. Aber sie hält jetzt so total gut mit und ja, ich sag, das ist ihr Leben. Ja. 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 Die haben Diana sagt, Verena sagt. Was haben sie alle gesagt? Ich habe gesagt, sie haben alle gesagt, du kannst das. Ach so. Und ich mache mir eine Gruppenputel, habe ich gesehen, mit dem Turm da. Und ich habe ich gedacht, hoffe ich falle in die Tutze. Ich habe ich beinahe mit einem Fuss aufgestellt und dann habe ich beinahe gemacht. Ich habe beinahe halt müssen. Es ist eigentlich unkompliziert, ist immer wissensbegierig, also ich möchte alles wissen. Bemüht sich auch, wenn man ihr etwas beibringen möchte, dann macht sich das. Also so ist ein ganz lieber Mensch. Jetzt ist ihr nur 18, jetzt bist du nur 18, jetzt darfst du dann schon länger fortgehen. Und tanzen möchtest du mal unbedingt. Im Introball waren wir ja schon, einen Intronationsball haben wir gehabt. Und dann darf ich sagen. Sag's. Am dritten, da bin ich früher wach geworden, war noch mal fertig. Ich war gesteht gegangen, hab ich ein bisschen auf die Nacht. Fünfe. Und ich habe dann gleich am Hugo gesteht. Mit Schnaps. Bisschen Mehre. Bisschen Mehre? Nicht bloß mit Haltung da. Nein, nein. Früher bis zum 2 waren wir. Und dann sind wir nachher gekommen und dann schlafen und am nächsten Tag habe ich mich jetzt rennen müssen. Um 10 habe ich mich nicht rennen müssen und um 2 sind wir nachher gekommen. Ich habe mich schon erkundigt. Ich habe zwar auch gemeint, vielleicht auf dem ersten Arbeitsmarkt etwas zu finden, aber ich glaube, es ist für die Franziska besser, wenn sie an eine Lebenshilfewerkstätte kommt. Sie ist da unter ihresgleichen, sie kann die Arbeit dann gut machen. Wird auch abgeholt, das ist bei uns ein großer Punkt, weil wenn ich da 2-3 Mal am Tag irgendwo hinfahren muss, das schaffe ich einfach nicht. Und es gibt auch in der Lebenshilfe Arbeitsplätze, die ausgegliedert sind, wo sie auch mal woanders arbeiten, aber über die Lebenshilfe und die mit dem Bus gefahren werden, wo sie einfach integriert sind. Wir haben die Situation und wir machen dort auch das Beste und jetzt probieren wir es halt mal in der Lebenshilfe drinnen und wenn wir da etwas kriegen, ansonsten, es gibt ja immer wieder etwas, vielleicht mal auf die Gemeinde oder andere Einrichtungen, dann sind wir zuversichtlich, gell Franziska? Ja. Bats, Anna. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Gut. Ja, genau. Ja. Sag mal, jetzt habe ich etwas mit diesem Ess, ne? Gut, ne? Nein, sie macht sich schon gut, gell Franziska? Sie macht sich schon gut, ja. Sie versteht auch viel, was man ihr sagt. Ja, bestimmt, gell? Ja. Ja. Die muss immer in Bewegung sein, also sie hilft schon fest mit, das muss man schon sagen. Also die erste Aufgabe war, das Tablett von diesem Wagen rauszuholen und dann von den Leuten einen Sättel lesen, die ihren Nachnamen steht dort, das ist die Frau Hegel, ist da hinten beim Essen und den kriegt ihr immer Frühstück, normal da und das Mittel ist das Gleiche. Und das muss man immer auf dem Platz liegen lassen, dann weiß man, dass sie das kriegt das. Dann tun wir es raus und sogar Jäger dann rüber und dann, wenn man kleine oder die Suppe bekommt, dann muss man das weg tun und das ist das Gleiche, wie bei einem flachen Teller. Die sagst du es wurden und dann erwarten, bis sie fertig sind oder ... Die Franziska war also eine Woche bei uns zum Praktikum da. Ja, sie ist einfach ein aufgeschlossener Typ, ganz freundlich oder was, hat keine Bedenken oder was, dass sie mit ältere Leute irgendwas macht oder was und auch zu anderen Mitarbeitern kein Problem vom Kontakt her. Also von dem her, muss ich sagen, ist es ganz toll mit ihr gewesen, weil sie einfach auf Menschen zugekommen. Ja, ganz gut. Ich kenne sie von der Kühe aus. Als Ministrant bin ich sie. Ich sehe ich da, weil wenn ich die Kühe hervorhe, dass sie vorne sitzt, gell? Dann sieht sie es gar nicht. Genau. Ja, sie macht die Arbeit schon für uns. Ja. Danke. Du kommst, Franziska. Ich bin bereit. Sie ist eine des Mädchen. Sie hat uns erzählt, so schöne Sachen von ihrem Leben und so. Schönes Mädchen. Was. Also, der Hof ist eine der größten Teil des Kippos, die wir zu sehen sind. Aber wenn wir am Kippo spielen, dann spielen wir das. Was du geschickt mischt. Es sind die zum Zielen, die Zwei-Stape. Und der Rainer. Aber der darfst nicht gleichzeitig. Der Leo, der Jürgen. Aber was heißt die, du eigentlich. Ich bin ja ausgezogen, ich bin dann am Wochenende da immer, am Samstag, am Freitag, am Sonntag und dann spielen wir am Sonntag meistens. Sie mag gerne die Gesellschaft, wenn sie unter Leid sein kann, wenn sie etwas vorführen darf. Sie mag auch gerne im Mittelpunkt stehen, aber es muss nicht immer sein. Sie kann einmal zurückstecken und die anderen etwas präsentieren lassen. Aber sie hat es auch schon einmal gern, wenn sie einen Applaus kriegt. Bestimmt. Und wenn sie vor allem dort steht. Wenn sie etwas zeigen dürfen, was vortragen dürfen. Ich bin gekommen. So, jetzt muss ich sehen, was ich essen, wo immer raus ist. Jetzt haben wir, wenn ich alles gerüben habe. Jetzt habe ich etwas gerübt. Wenn ich etwas schreibe, dann muss ich auch das Gleiche machen. und das ist, wenn es zu mir kommt, dann muss ich es gleich sofort aufmachen und lesen. Dann schreibe ich an. An L, da schreibe ich jetzt. Das müssen wir schauen. An L, nein, Rudi schreibe ich. So, da steht heute, heute ist den Film, Menschen, habe ich es drin. Dann schreibe ich jetzt R, E, R, T, Rudi. Das ist das Nachricht senden. So, es wird. Zukunft. Ich lade mich überraschen. Wir schauen, was kommt und irgendwie gibt es eine Lösung. Und das werden wir meistern. Und Franziska, glaube ich, da habe ich jetzt gar keine Bedenken. Die wird jetzt selbstständig und die kann selber ihre Probleme schon lösen, was man selber lösen kann. Und die größeren Probleme, die muss man halt schauen, dass wir miteinander irgendwie jetzt in der Familie, Großfamilie, dann mit Arbeitgebern und so. Aber ich glaube, da habe ich eigentlich keine Angst. Also, ich denke da schon drüber nach, das Abnabeln von der Familie einmal. Einmal selber in eine Wohngemeinschaft oder so. Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Jetzt gleich sofort, wenn es zum Arbeiten anfängt, eigentlich nicht. Aber ich möchte auch den Zeitpunkt nicht übersehen. Weil wir sind ja 30 Jahre älter. Wir sind nicht immer da. Und ich möchte auch nicht, dass ihre Geschwister dann Franziska immer haben müssen. Ich möchte, dass sie selbstständig ihr Leben meistert und selber ihre Freunde hat und selber mal ein Zimmer oder eine kleine Wohnung oder irgendwas. Aber das muss man schauen. Nicht sofort, solange der Leon hat noch klein, sowieso jetzt nicht. Aber irgendwann einmal, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Mein Bruder hieß, dass er zum géhen kann, wie myös er. Das ist ein Schmetterling. Ja, das ist ein schönes marché. Dann erleben wir uns lachen. Ha 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 ha!